Ja Leute, ich sitze hier im McFitz in Bergisch Gladbach, warte auf den Mark. Und heute kommt noch Besuch aus Hamburg und der Tom, auch ein ehemaliger Bankdrücker, oder ob er noch Bankdrück, weiß ich nicht, und ein Kumpel von Mark, der Heiko. Trainieren wir heute mal zusammen. Der Heiko war mal ein 70 Meter Speerwerfer, oder hat die 70 Meter gekratzt, ist aber jetzt Straßenradrennfahrer. Okay, ich werde mal waghalsig sein und die 70 Kilo in Angriff nehmen. Dann bin ich nur noch 100 Kilo von der schlechten Leistung entfernt. Mal sehen, ob es klappt, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Vielleicht mit äußerst der Willenanstrengung, aber schauen wir mal. Schmerzen sind auf jeden Fall dabei. So, jetzt warte ich noch auf den Mark. Ja, ihr seht, hat man das McFitz auch schön umgebaut. Hier ist der Crossfit-Bereich. Zu meiner Zeit gab es noch keinen Crossfit, als ich noch Leichtathletik gemacht habe. oder Allgemeinkraftsport. Das wäre eine tolle Sache gewesen. Kann ich nur jedem empfehlen. Leider verkommt Crossfit aber oft zu Hantelzumber. Aber das liegt ja in jedem selbst. So, bis gleich dann. Wir sehen uns wieder beim Bankdrücken. Wir sehen uns wieder beim Bankdrücken. Vielen Dank. Ja, ich habe jetzt eine halbe Stunde gewacht, es scheint gerne von denen zu kommen. Ich mache es ja immer alleine. Ich mache es ja immer alleine. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich habe jetzt eine halbe Stunde.